Nun ein Level zu wenig. Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute sind wir mal zu dritt. Eigentlich sollten wir zu dritt sein. Irgendwie befinden wir uns heute nur zu zweit. Du machst alle meine Bewegungen nach. Das finde ich irgendwie etwas creepy. Ähm, hallo zusammen. Hier ist der Epi. Ihr müsst mich nochmal einladen. Ich muss aber mal eben meinen Schar wechseln, weil ich möchte nämlich heute, obwohl ich schon auf Level 7 hoch bin, was mir trotzdem irgendwie wenig vorkommt, heute mal die Closette haben. Die Closette? Die Closette, wie sie spielt. Ja, was ich mal eben gucken wollte, ich glaube. Genau, da kann ich jetzt noch nichts machen. Das ist alles... Ja, 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 ja. Okay, also ich fange sowohl mit dem Blutnetz wie auch mit dem normalen Level an. Achso, ja, sag doch, dass ich hier... Nein. Wie nein? Doch. Kann man sich mal unterscheiden. Nee. Ja, dann sage ich einfach, ich habe den Cubic geheilt, ne? Und dann heile ich vielleicht jemand an. Also wir hatten gerade eine gute Taktik. Wir sind, ähm, Holosheet, Holosheet. Wir sind gerade zusammengelaufen zu zweit. Das war eigentlich ganz gut so, von der Taktik. Ja, das habe ich die ganze Zeit versucht mit dir, aber du warst immer weg. Ja, weil ich schneller war. Ich war einfach federleicht. Hatte ich drin. Das habe ich jetzt rausgekommen. Nee, du hattest immer Angst. Du bist immer fadgehauen. Genau. Ich habe ein bisschen einen Einfluss auf ihn. Ja, klar. Ja, ja. Ich wieder, ja. Ich halt auch. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Und los geht's. Es ist so ruhig. Die Spannung steigt. Wird es geladen? Oder wird es doch nicht geladen? Nein, ich fange direkt im Haus an, oder was? Scheiße. Bei mir ist ein Zombie-Pferd. Bei mir ist gerade jemand. Soll ich jetzt direkt an den Generator hier gehen? Ja, genau. Zikus. Ich bin direkt an dem Generator. Oh, das war keine gute Idee. Ja, komm. Steig rüber. Mann. Blöd, Mann. Ich muss erst mal wieder gucken. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Verrät mich das Pferd hier? Weil ich bin beim Pferd hier direkt und... Oha, ich glaube, das verrät mich. Oh, oh, oh. Oh, Killerin ist im Haus? Das ist gut. Nee, die ist nicht im Haus. Doch, die ist gerade ins Haus reingelaufen. Die macht den Generator, glaube ich, kaputt. Die sucht die aber bei mir. Die geht jetzt in den Keller. Die geht in den Keller. Ich habe einen zur Hälfte an einem Zirkuswagen. Nein! Mann! Ey, das war doch richtig! Ich höre sie. Kann sein, dass der Keller unterm Boden ist. Weil ich höre die. Ja, die hat unten einen erwischt. Da ist sie. Oh ja. Ach, du bist in deren Keller. Ich dachte, du bist in den großen. Noch besser. Mann, ey! Ich krieg's nicht hin, ey. Das ist doch abartig, ey. Oh, oh, oh. Das sind für die Killerin, die in die Extruder sind. Was macht die für Geräusche? Scheiße, da hört mich. Wo bist du? In der Nähe vom Haus. Mann! Ja, das ist die, die wirft. Ja, ja. Fuck. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, hast du das? Ich habe gedacht, die läuft jetzt an mir vorbei. Ich will die gleich holen, wenn die weg ist. Einer ist noch im Keller. Ne, der ist schon weg, glaube ich. Ne, ich häng hier. Ich häng aber draußen. Sag mir, wenn die weg ist, komplett. Nee, die guckt gerade im Schrank nach. Du willst dich exkrieren? Ja, ich wollte gerade sagen, die hat hier mal ein Deck, aber... Die rennt jetzt Richtung Eiffel nach außen. Da, wo der Generator ist. Geh weg da. Ja, ich habe einen Generator. Hast du das? Ja. Oh, nee, 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 nee. Fuck, fuck, fuck. Warte mal, bleib mal hier stehen. Sonst verlierst du noch Blut und er reizt mich. Ach, ja, klar. Aua, danke. Ach so, dann muss man auch nichts zu machen. Ja, das ist mit mir gespielt. Ich habe gerade übelst die Grafikfehler bei mir drin. Was ist denn da los? Oh, er ist aufgegangen worden. Ja. Danke. Scheiße, scheiße. Der geht gerade zu Richtung Haus, der geht zu Richtung dieser Kirche da, oder was ist das? Ich geh mal mit. Ja, der ist da hinten. Der ist weg. Gerade. Ist er außen oder im Haus? Nee, er ist zum Haus gelaufen, aber nicht reingelaufen, aber an dem Haus vorbei. Kann natürlich sein, dass er so eine... Du hängst, oder? Ja. Ich häng, ja, ja, ich häng hier noch. Einen Generator habe ich repariert, ne? Ihr seid, ich sehe euch, aber ihr geht zu langsam. Wahrscheinlich will er gleich wieder da sein. Ich will sie. Bist du bei ihm? Ich sehe, ja, ich bin in der Nähe von... Ja, dann mache ich den Generator. Aber sie ist in der Nähe von Haus. Der ist doch schon. Oder? Nee, nee, der ist nicht. Opa, pass auf. Da sind gleiche Dinge. Nimm mich runter. Und komm, weg, wir halten. Oh, oh, oh. Kann sie es jetzt halten, oder? Das weiß ich nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Sie wirft hier irgendwas. Oh, sie ist da, sie ist da. Ja, ich weiß, sie geht in das Haus, in der röbentigen Generator. Aber du drin, oh, da bist du drin. Nee, 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 aber ich war an dem Generator. Scheiße, ich sehe, ey, diese Scheißperspektive, ist das jetzt auch einmal verkehrter rum, oder was? Oh, ich hocke mich jetzt hier auch direkt neben denen. Guck, guck. Mann! Nein! Ach, ich bin voll reingelaufen in die Karolei. Also, da, wo du hingehst, der Generator, der ist jetzt schon ein Stück fertig. Ja? Ich sehe dich aber, ich sehe dich. Nein, 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 ich bin, ich bin, ich bin tot, ne? Die hängt mich jetzt auf. Nee, ich bin ja tot, ich bin ja schon aufgegangen. Nee, nee, du kannst doch, glaube ich. Ach, der andere ist schon tot. Ich bin doch schon einmal, ich hing doch schon einmal. Ja, aber du kannst doch einmal. Ja, der kommt jetzt bestimmt noch hier. Ja, ja, sie kommen zu dir, pass auf. Also, ich, äh... Oh, sie ist hinter dir her. Ah, Mann, Mann, Mann. Ich glaube, ich werde verrecken. Oh, noch. Ich sehe da hinten, aber du gehst zu langsam. Ich glaube, ich werde vorher sterben. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Echt jetzt? Ich bin aber noch am Leben. Pass auf, ich gehe zu dir. Ich sehe dich. Oh, oh, ich hänge am Haken wie Power-Eben davor. Oh, oh, oh. Sie rennt weg in Richtung Haus. Oh, nee, sie kommt jetzt zurück. Sie ist jetzt am Generator. Oh, was ist das hier? Hier besiegt sich so ein komisches Pferd. Guck mal, was ist der Generator? Ja, das ist das... Daneben habe ich den Generator repariert. Der ist... Scheiße. Das war der eine. Der einzige, der repariert wurde. Ihr müsst noch welche reparieren. Mindestens zwei. Nein, wenn ich sterbe, dann kann Silke auch zu den kommen. Nein, nicht wenn nur einer der Verwerb ist. Scheiße, die Hügel hier. Oh, oh. Achso, aber wo ist die? Oh, Silke, pass auf. Die kommt direkt zu dir. Ja, ja, ich höre sie. Ich höre sie. Die steht hier. Ah, fuck, 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 fuck. Oha. Kannst du mich holen? Ah, gibt's nicht mehr. Nee. Ah, ich bin direkt neben dir. Nein. Ich schaffe es noch. Ja, das war dämlich, ne? Der hängt nämlich noch da. Der super. Komm, 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 komm. Oh Gott. Nein, da ist keiner, oder? Komm, 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 komm. Mach mich weg, mach mich. Lass mich los. Komm, schau zu mir. Oh, er ist hier in sie, oder er. Ja, mach, komm. Ja, ne, 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 bloß nicht runter, ey. Mach schon. Weg mit euch. Weg. Der hat nur so geguckt irgendwie. Oh, ist das dramatisch gerade. Voll das Drama. Oh, sie ist hinter mir. Ah, ja. Ja, sie hat dich, ne? Aber nicht. Sie holt mich nicht. Ah, scheiße. Doch, jetzt. Ich versuche noch runter zu kommen. Oh, das ämmert hier bei mir, ey. Nein, verscheiße. Ja, ich schaff's. Hab's. Kurz bevor dem da war. Geh hoch. Ah, sie hat mich mit dem Nigger mischt. Ja, genau. Aber ich kämpfe ja gar nicht. Krieg ins Gras, krieg ins Gras. Ach, ne, sie holt dich wieder. Das muss ich erholen, bevor ich kriechen kann. Die guckt mich noch an. Ah, ey. Schrei nicht immer so, du blöde Kuh. Ey, ich bin welcher erholen. Ist sie noch bei dir? Aber dann musst du das erholen. Ja, aber dann erholt sie sich wieder. Äh, da, guck mal. Die wartet ja. Ja, der Sack, der batet dann auf, dass ich dich befreie. Oh, nein. Also, dass ich dir helfe. Nein, bitte. Mach's nicht, stopp. Ich hab's gleich. Du machst das gut. Du machst das echt gut. Ja. Hey, ey. Hau ab. Ja, aber du musst echt Glück haben, dass du dann in dem Moment auch wirklich, äh, äh, das hast du aber gesehen. Die kommen zu dir runter. Das ist froh. Nee, nee, Nils ist in den Katzen gegangen. Das hat's aber gesehen, er. Ah. Ach, scheiße. Scheiße, ey. Ich kämpfe lange. Ja. Komm, ja genau. Bewichtig, bewichtig. Geschaffst du's. Bewichtig. Du musst gegen irgendwas gegenstoßen. Ey, ist doch nicht wahr, dass hier irgendwo was ist. Mach den derzeit n, äh, Dings. Dann jetzt, mach die, lenkt die ab. Mach den Generator. Ja. Ja, er ist wieder frei. Mach, den Generator. Ja, der eine, der war aber ziemlich offensichtlich. Lich da reingehen. Sieht das doch, oder? Ja, das, das guckt die alle nach. Das würde ich auch machen. Oh, ne, das ist ein Dings. Ja. Hack. Das ist doch logisch. Das würdest du doch auch machen. Ja, aber. Ich hab jetzt weiterlaufen, Leute. Deine Eier, musst du, musst, ja. Ach, der schreit, ey. Seht ihr das schafft? Läng sie ab, läng sie ab. Ich hab die ganze Zeit. Ja, mach da, die ganze Zeit. Die kommen nicht vorwärts. Die hängen auf dem Balkon fest. Jetzt hast du sie wieder fallen lassen. Haha, die ist schon sauer. Hau ab, einfach. Ja, genau, der wirft, gehen wir dahinter, ja. Geil. Achtung. Kommt. Ja. Wohin, wohin? Ne, du, du kannst was anderes machen. Der, der macht das. Ja, ich bin am Generator, deswegen sag. Ja, mach weiter einfach. Mach weiter, Nils, beschäftige ich den Killer gerade. Ich bin in einem kleinen Häuschen neben dem Haus. Das ist ja echt geil. Der hat keinen Bock mehr. Doch. Scheiße. Das hab ich nicht gesehen. Scheiße. Der hat daneben gehauen. Geil. Mach weiter, einfach. Mach einfach weiter. Nils. Ah, Nils. Scheiße. Jetzt musst du das nochmal machen. Jetzt bin ich voll. Das ist aber kleines gekommen. Scheiße, das ist dein Haken. Achtung. Ich glaube, die hat die Nase voll von mir. Hey, ich schaff's noch. Aber ich bin gerade so nervös. Er hat's wieder geschafft. Jetzt wieder frei. Mach einfach. Mach einfach, Silke. Mach die Dinger durch. Ja, einer ist nicht durch. Einer ist nicht durch. Nein, Scheiße. Ey, der hat sich jetzt schon zigmal aufgehoben. Ah, jetzt lässt er nicht liegen. Oder? Oh, Silke, pass auf. Die ist in der Nähe bei dir. Ja, ist süß. Nee, nee, mach die. Oh, sie kommt in deine Richtung. Die ist gleich an hier. Ja, aber... Die ist hinter der Wand. Oh. Ja, du. Hat sogar noch nur mir geschlagen. Nein. Wie, du hast den Generator nicht? Nein, lauf! Ach, jetzt ist... Nein, nein. Jetzt ist wieder frei. Jetzt ist wieder frei. Der ist am Ende explodiert. Mann. Das hat er doch gesehen. Ach, stimmt. Die Blutspuren, Eck da. Ach, die ist bei dir. Ja. Dann wirft sie wieder hin. Die hat keinen Bock mehr. Ach, nee, ich weiß, was die macht. Was denn? Puh, ich schlatsch noch. Ja, jetzt hängst du da. Jetzt... Ja, ja. Das war's auch. Ja, das war's. Ey, ich hab's so noch nicht zugehalten. Ja. Das war's. Ich muss mal gucken nach der Fluchttür. Nach der... Jetzt sind die da sein. Nein, sie heilt sich erst mal wieder in Ruhe. Wer? Ja, Silke, anschaut sie jetzt mal weitermacht. Sieh, du hast nur einen Perk... Ach, nee, die ist ja... Du musst noch einen Generator machen. Warum hast du den nicht rechts gemacht? Nein, kein Generator. Die Fluchttür geht... Aber wo ist die? Die ist nicht auch... Das ist meine Frage. Nein, die zeigt er ja nicht an. Hier, hier, hier. Scheiße. Ja, aber sie muss noch einen Generator machen. Es ist doch nur einer gemacht. Echt? Nee, der ist... Habt ihr denn überhaupt einen gemacht? Ich habe einen gemacht. Und du hast den nicht fertig gemacht, den einen. Nein, es ist... Einer mehr als Spieler müssen sein. Das heißt, du musst zwei Generatoren müssen laufen. Damit du entkommen kannst. Also musst du noch... Wo war denn der... Der war doch ziemlich weit, der eine. Das war im Haus, ne? Das ist natürlich... Ich denke mal eher, dass sie damit rechnet, dass ich jetzt hier vorne hingehe. Also, der kann so ein bisschen entkommen. So oft wie du abgegangen bist, das ist ja echt der Hammer gewesen. Das ist... Ich glaube, der war schon voll genervt, oder der Killer? Ja, aber richtig. Vor allem, wenn du den dann verarschst, dass du bei dem rumgehen immer dachtest. Ja, das war cool. Leider habe ich keine Palette gehabt, sonst hätte ich die umwerfen können auf den. Da muss ein bisschen... Da ist einer. Oh, der ist noch gar nicht, ne? Oh, scheiße. Ne, ne. Wieso, ist Mist? Ja, dich. Ah, doch, da, doch, die hört sich. Ja, da ist sie. Wieder rein. Ne, 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 ne. Erinnisse auf dem Berg oben. Die kommt jetzt in deine Richtung. Ich glaube, die hat dich gesehen. Du musst immer auf sie drauf gucken. Ja, die hat dich gesehen. Ne, die hat dich... Oh, die guckt in die Kisten. Ne, ne, ne. Das ist gut, dass du da nicht reingegangen bist. Ja, die guckt überall da hinten. Ja, die guckt überall da hinten. Ah, scheiße. Ja, ich glaube zwar nicht, dass sie mich gesehen hat, aber... Ja, es waren die Vögel aber, glaube ich, da noch. Irgendwie, weil die hochgegangen sind. Ah, die... Ah, fuck, fuck, fuck. Anfängerfehler, Anfängerfehler. Warum? Ne. Jetzt kannst du über die Pläne springen wieder. Ah, ne, ne, ne. Fuck, 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 fuck. Du kannst runtergehen, einfach nur A und D spammen. Nein, ich häng direkt neben den Haken, das ist doch scheiße. A und D spammt, aber er nimmt den Haken nicht. Oh, lol. Oder ist das einer, der dich entkommen lässt? Warte mal. Ja, vielleicht hat er den Haken auch nicht gesehen. Nein, der lässt dich entkommen. Ne, macht er nicht. Die Luke ist doch nicht offen. Anders geht's nicht. Vielleicht sucht er die Luke. Ja, bei Ero muss eine Bodenluke sein. Einfach wegrennen. Das ist der Hektiner von dir. Da muss ich nicht hingehen. Ah, scheiße. Nein, du sollst nach links rum. Du kannst da wieder entkommen. Das hat mich so oft gemacht. Oh je. Vor allem genau diese Hektinerin hat nicht gehört. Naja, ne, ich will mich unten aus ganz langsamer machen. Ja, jetzt kommst du unten rein. Ab in den Keller, genau. Da war aber ein Haken. Was macht der denn? Ja, du haust den Weg. Schöße, schöße. Ne, 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 du musst raus. Hoch, ja. Ja, toll. Ich muss nicht raus. Ich glaube, du bist raus. Ich muss auch, oder? Oh Mann, ey. Aber du kannst es nochmal machen. Ich war einfach nur weit von dem Keller weg. Du musst einfach, auch vor allem, wenn du durch die Tür gehst, musst du irgendwo anrempeln, nur damit die... Man kann nicht steuern, wo man hingeht. Ja, aber die rempelt doch dagegen, wenn du A und D machst. Ja, aber die hängt nicht aus. Das macht die doch extra. Ohne Scheiß. Das Gute ist, du kannst dann durch Blutpunkte fahren. Naja. Die jedes Mal, wenn du entkommst, sind es 500. Nein, ich wollte gerade drücken, du Arschloch. Der Hase. Die wollen nur, dass man meine linke Hand wehtut. Hallo, geht es noch? Der hat das zweite Generator, den ich fertig machen wollte, aber du lässt mich ja nicht. Der will mich entkommen, aber warum macht der das? Oder ist da unten die Klappe und er will nicht in die Klappe schicken. Aber treffen kann sie. Lass mal einfach dich hingehen oder so. Trinkt ja auch nichts, wenn wir jetzt die ganze Zeit noch warten. Ja, was kriegen wir Blutpunkte kurz? Ja, aber uns nicht. Jocken zu werden, oder? Hopp. Scheiße, jetzt laufe ich da auch noch von dem Baum. Oh, da ist ganz nah am Teil. Ja, anstatt dass ich da hinhänge, nein, der geht immer in den Keller. Oder? Der geht immer in den Keller. Warum macht der das? Ja, aber der will mich auch nicht aufhängen. Der stand direkt daneben und hat da hingeguckt. Ja, dann ist da die Klappe. Dann guck doch mal, was da ist. Da ist nicht die Klappe. Ne, jetzt hängt er mich auf. Probier mal zu entkommen. Ja, aber wenn du campst hier, kriegst du auch nochmal zusätzlich zu. Du kannst ja nicht mehr entkommen. Ja doch, ich hab die ganze Zeit A gedrückt jetzt, aber ich konnte nicht mal bis zum Ende drücken. Schau, fragt die doch mal im Chat, ob er das gewollt hat. Ich nenne diese Episode verwirrter, Kindheit. Das war nervend, genau. Nervend. Eieieiei. Oder wie farme ich Blutpunkte? Ich habe jetzt 13.000 Blutpunkte da durchgefahren. Oh mein Gott. Äh, Moment. Wieso jetzt Level 6? Ich denke, du levelst jeden Schar einzeln. Ne, nein, aber dein Haupt-Count Level 2, meine ich. Ach, dann sind das wirklich die Blutpunkte, die Level von den Einzelnen. Einzelnen. Die Blutpunkte leveln die Charaktere. Okay.